Zadner Hier ist der Lichsturkern, dort ruiniert ein Boller war jetzt schon, der müssen wir halt reparieren, das ist ein bisschen dramatisch. Hier ist das auch so, dass er richtig kröpft worden ist. Die nächste Saison wäre ganz kröpft worden zu tun, das haben wir nicht gut davon. Aber ich zeige euch doch, dass er nicht gerade frei wird. Und wir sind bei Riede. Da habe ich richtig der Rostmusik-Kizze an und heute hat fertig gespielt, weil das ist Dreck. Die Rostmusik-Spieler sind ja alle, aber Duhann, wo wir da waren, da waren ich im Rostmusik. Da ging der Rostmusik-Kizze bei einem Drohnariering. Und du musst den Arm rein, ganz fern an der Luft strecken, da die über die Hieft, der überdreht, dann dort wackelt und da wackelt und da wackelt. Weil du das denn nicht so ausstreuen, von der Kamera vielleicht nur ein halb Kilo weg. Aber wenn du ein halb Kilo, ein halb Stein an der Luftstrecke messst, ausgestreckten Armen rütteln, kann man dort verschwinden. ي bakt bis jetzt einen Rostmusik. Und du hattest ihn, ich weiß nicht, dass in den Mund und da war. Jetzt erkenne ich auch eine Ehre ein Londoner-Armen. Jetzt sind wir am den Norden-Armen. Wollt ihr, dass sie hier ist? Ja, wollt ihr? Ja, wollt ihr? Ja, wollt ihr? Ja, wollt ihr CC-Dieter, aber es ist nicht ein bisschen, eine große Ziele zu erreden. Ja, ich bin an, wenn die einen Nr. Oh, richtig! Wir haben hier doch noch ein bisschen an der Zeit operiert unter Schranes, aber das versteht ja nicht nach dieser Stadt. Hier gibt es Nassfisch mit einem Kug, wo sich der Kug ewig gequält hat und das Wappen ist hier gemeint. Der Riesenbecher, ja ich denke, das ist das Brück, wo der mit dem Riesen achten, nicht das selbe Brück und so. Wahlzeit! Hier gibt es mehr Becher, aber du kannst ihn hochnehmen. Das ist ein Läder, der in den Austern. Das ist ein Läder. Dort wurden einigen Sachen, da hat er so ziemlich auseinandergereisen an den Altaren Stammen. vielleicht auch den Schnee oder auch den hemmlichen, dass ich weiß, was gibt. Ja, da müssen wir nicht gedroht werden, deshalb bin ich auch vorher hier ausstreuen, und das ist die Fertigung, das sind ja ungefähr, vielleicht zwei, drei Kilometer, wo dann so ein Zeug gibt, aber hemmlich, und das ist ja ungefähr ein Gau-Stand-Zett, da können ja drei Kilometer an den Stein gehen, das ist gemeintlich, da haben sich nicht den Lohn drüber. So, die Gaur, haben einen Schwer gedroht, es ist einer der Fahne, der müsste ja schwer schlafen, über zehn Jahre, wo ich den Hannes gedroht, da dachte ich, das hätte einfach das Gän gehabt, eigentlich. Und dann geht ja weiter, so tiergemächlich, da sind die Tausende, die Zwerschen, da macht man vielleicht noch halbiererste Foto. Ja, hier ist ein kleines bisschen, das ist schon bei der Liege gegangen, das geht auch. Paul ist hier auch nicht gut von der Liege mitgegangen, das war hier, die Platz hier ist. Und Hannes wurde hier feiert, aber die hat sich ein paar Hände in den Staaten aus, wurde so schüchtern, hat sie auch gegauert, die Mels ja geholt, und das ist nicht alles für dich. Und scheint das zu nett, wenn man sich das Mels ja hält, die Kinds nicht drüber geholt, aber Mels scheint nicht abgedreht. Die Spärcher, ja, ich bin so glatt, ich bin so glatt, ich bin so glatt. Applaus Wir sehen, dass die Musik wieder leiser wird, trotzdem kann ich weder erzuhören. Das sind die Bräundierfer, noch Bräundierf und den Mährenbecher. Ah, da wollen wir vor ein paar Jahren nach der Burg. So scheint die Gruppe aber nicht besonders Grieß zu sehen. Noch ein Mährenbecher mit Hohensprich. Und Uga war hier schon mit, mit Blämme geschmeckt. Ja, aber dann zieht doch gerne auf den Schuhe den Komforten. Ja, in Burzala und Husserzüdei Hefe mit dem schwarzen Sommetshändchen. Sommetshändchen auf Ruhr und überhift Schwarzhefen. Jetzt sind wir im Hain, um Mährenbech geht Wegenbech. Ja, mein Sahnescherm, das kennt nicht ein Sahnesbrauch. Das ist wirklich intelligent. Weil es sozusagen sehr breit ist. Aber das kann auch nicht Ried warten, nur mehr als der Wohse. Aber wirklich unständig. Ja, da werden wir hier rein und dann noch ein bisschen schwarzen. Weil es aussieht. Ja, noch ein Fischkunde Tordner. Tordner. Jägesotklaatunich am Heindergerand Uffe der Sachsische Riede gehirrt. Und da kit wird rein, ja sie vertrat vor. Weil sonst hier, wir ja nicht auf der Gase Sachsisch geriet. Ja, das schienes Besonderes, wenn man mit der Sachsisch riede hier. Hier gibt weder Musik, da bin ich weder ein Zettel am Stell. Vielen Dank. Nicht nur von den Werten, sondern von der grammatischen Konstruktion, wo man normalerweise Sachse stürt, wo man mit dem Altair-Konstruktionen in der Stadt kleintritt, und auf der Stadt ist ein wenig besonderes. Und hier ist es glattes hier. Hier kommen die Wegebecher, wo man früher gar nicht glaubt hat, dass man sich am Zipfel am Ege an im Südosten ist. Ja, ein wenig mit der Trompete muss man auch all dies beschäftigen. Bevor der Amt sagt, irgendwo nie mal starten, müssen wir ihn sehr lange warten, und an der Zeit müssen wir sie wenigstens beschäftigen. und auch da sind direkt eingeschlafen, weil sie dort unten angefangen haben. Ja, da sind auch Brötchen und Brötchen. Ja, da sind wir die Torte. Ja, da sind die Torte. Das war sicherlich, dass wir die Laundkarten angetan haben, dass wir die Gesichter verdecken haben. Aber das ist leichter und besser. Das war sicherlich, dass wir die Laundkarten angetan haben, dass wir die Gesichter verdecken haben. Wir kennen mich persönlich. Ich bin nur vom Durchfahren. Nospisch kann ich auch direkt sprechen. Nospisch kann ich auch sprechen. Die Dialekte sind nicht verschieden. Aber es ist nicht verschieden. Es ist nicht verschieden. Das ist wichtig. Sie sind ausgesprochen. Es bleibt mir nicht zufrieden. Und das war sehr wichtig. Ich wusste nicht, dass ich das Furcht mal so tun habe, gar nicht. Und es war ein schönes Thema. Und dann kann man sehen, dass ich alle Sachen, die ich schicke, so tun ja noch ist so, weil ich immer das nenne, wie noch bist du gehört. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Bye. 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 Hier ist die Kapelle von der Pieterspärche, von der Pieterspärche, von der Pieterspärche. Sie sehen, auf den Rockworten, ich nenne auch all diese Dinge, dort, Anja, Kunde, mit dem Rock. Ja, ich habe Freireike durch, da sind vielleicht der Lehrer, der Fahrer gewesen, weil da ich auch gesehen habe. Aber dort steht die Börse und den Rock auch herzusehen. Das ist ja interessant. Das ist ja eine der Pieterspärche. . Vielen Dank. 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 Vielen Dank.